Wir freuen uns auf die deutsche Nationalhymne. Auf Rang 3 ein junger Mann aus Spanien, Juan Pons. So, jetzt haben wir ihn hingehört. Zweiter Platz nach anfänglicher Führung nach Runde 1, Platz 2 aus Belgien, Christophe Winant. Und eine super zweite Runde hat hingelegt, der Mann, der diese Klasse gewonnen hat. Ein Mann aus Spanien, neuer Spitzreiter in der WM-Wertung, Rosse Rivera. In der Elite-Klasse habe ich noch einen besonderen Ehrenpreis zu vergeben, der gestiftet ist von dem deutschen Importeur der Montireder, der Firma Lai in Emmendingen. Ja, und das ist dieser Silbermokal hier. Da gibt es also gleich zwei Preise für den Rosse Rivera aus Spanien. Dieser Sonderpreis noch einmal dazu. Sicherlich auch ein Dank für diese fantastische zweite Runde, wo hier nur drei Punkte sich eingefangen hat. Riesenleistung darf man hier ganz laut sagen. Zu Ehren des spanischen Siegers erklingt seine eigene, die spanische Nationalhymne. Riesen. 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 Amen. Amen. ...der sich eben der Schmelze so tapfer und herzlich bedankt hat. Zu Ehren der Sieger in der Nationenbildung erklärt die deutsche Nationalhymne. Ich habe ein wenig Kraft. Aber was machst du da? Danno! Ich mach dich! 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 Ich mache mich nicht mehr Material. Ich mache mir einen anderen, ich. Ich mache mir einen Blumen ab. Ich habe ich mich nicht mehr, ich mache mich. Ich mache mich ein Blumen ab. Ich mache mich. Ich mache mich auf. Ich mache mich vor allem, das hören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020